Dann die Arme hochstrecken, dann fassen wir mit der rechten Hand den linken Ellenbogen und dehnen uns nach links. Spüren, wie die Schultern sich dehnen. Dann wiederholen wir das mit der anderen Seite. Wir fassen mit der linken Hand den rechten Ellenbogen und dehnen uns nach rechts. Ziehen und spüren auch hier, wie die Schulter sich dehnen. Bei der nächsten Übung werden wir versuchen, unsere Hände hinter dem Rücken anzufassen. Nun versuchen wir, die Hände aneinander zu verhaken. Wenn das nicht möglich ist, kann auch ein Gürtel zur Hilfe genommen werden. Dann die Seite wechseln. Die Arme locker auf die Oberschenkel legen und im Fersensitz die Schultern entspannen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020